Zombie! Kiste aufm Kopf! Na komisch aus. Au! Au! Was war das? Was denn? Wurde angeschossen oder sowas. Oder angehaut. Quatsch. Hast du das Pirat? Nein, ich bin in meinem Vulkan. Brauche ich noch was zu essen? Ich bin hoher gerade. Hier brennt's. Oh, hier ist ganz viel Lava. Hier ist noch ein Bambus an der Lava. Brauch kein Essen. Flairmaus! Weißt du das? Ja. Oh, ein Aufbau, ein Diamantspieler. Pass auf. Komm jetzt. Wo bist du? Da bist du. Hast du Essen bei, zufälligerweise? Ja, kann ich dir was geben. Ich hab nicht viel. Warte. Was ist denn hin? Liegen vor dir. Ach da. Danke. Da reicht schon. Wo gehen wir jetzt hin? Äh, ist die Frage. Es ist ja krass hier irgendwie. Ich flieg jetzt mal grad hier rüber. Geh dich immer nicht. Aber passt schon. Willst du die Flairmaus hier vor mir? Da viel zu dunkel eigentlich ins Spiel. Ja. Ja, okay. Video-Settings, Brightness hoch. Jetzt sehe ich auch eigentlich noch was hier. Pfff. Ah, der Stand schon weh. Okay. Au. Feuerstein, yay. Abbauen. Alte Scheiße. Gerade wir müssen den Spawner hier abbauen. Hier soll doch auch irgendwo so eine Kisten drunter sein. Irgendwann hat man gesagt, hier sind irgendwo Kisten drunter. In so einen Bergen oder keine Ahnung. Okay. Wusste ich jetzt nicht. Na, es soll wohl so sein wie bei Häckselt, weißt du? Wenn er so... dumm schaffst oder so. Ja, nur die Frage ist wo, also... Halt auf keinen Kür bitte rauf. Warte mal kurz, hat einer von euch dran gedacht, irgendwelche Sachen mitzunehmen? Nö. Beispiel? Ja, gut, dass ich mitdenke. Hast du mitgenommen? Wer sagt denn, dass du mitdenkst? Ich habe alles mitgenommen, was von Wichtigkeit war. Echt? Alles? Ja, ich habe alles bei immer noch. Nichts abgelegt. Ich habe so viel Scheiße, ich kann gar nicht unterscheiden, was überhaupt wichtig ist und was nicht. Ich auch nicht. Der einzige, der nichts mitgenommen hat, ist das wohl der Pirat. Also mein Inventar ist komplett voll. Wenn du das wissen wolltest. Ja, beiß jetzt auch. Meinst du von vorne rein? Den Scheiß, den ihr in den Kisten gefunden habt, habt ihr ja nur von mir. Ja, ja, genau. Alles um die Pirat bekommen. Ja, ich habe hier einen Bunny-Schwein. Äh, Kau. Also cool. Sag mal, wie sieht es denn aus? Habt ihr, ähm... Habt ihr auch die Wetten mitgenommen? Nein. Ich habe keinen Wetten. Ich weiß nicht, das ist gut. Wer braucht auch... Ich weiß gar nicht, wo ihr seid, wenn ich ehrlich bin. Wenn ich ehrlich bin, weiß ich auch nicht, wo ich bin. Das ist schlecht. Ich bin hier gerade in so einer Spalte. Sehr interessant. Ich bin im Wasser irgendwie, das Wasser ähnlich ist. Alter, was für eine Scheiße hier. Irgendwie ist man echt noch... Was, was macht man jetzt eigentlich genau hier? Wo gehen wir hin? Haus bauen wäre nicht schlecht, oder? Wer wollen wir sein? Und, äh... Wenn überhaupt. Was soll das Ganze? Richtig. Ich will... Also Zombies, seid ihr das? Nein, ich bin immer noch eine Federmaus. Ich sehe dich, glaube ich, Pirat. Ich bin gerade über der Wüste. Und du? Ja, ich auch. Ich fliege hinter dir. Guck mal, da hätte jetzt was ganz hellgrünes. Mal gucken. Hellgrünes. Ist das Skelett? Ne. Ah, guck mal. Tropic-ing-Dingsbums hier, glaube ich. Wo seid ihr? Spuckel. Was ist das für ein Baum? Yellow... Ah, okay. Ein Herbstbaum. Sehr nice. Und hier sind auch Pilzbäume. Guckst du denn schon wieder hin? Irgendwie eine kleine Oase. Hier hinten sind bunte Bäume. Ja, deswegen doch. Lass uns mal hier hin bauen. Und ich habe da oben was gesehen. Da ist doch eine Insel. Eine Sky Island. Die fliegen da alle runter. Na komm. Hut, 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 hut. Wo siehst du denn hier? Hut, 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 hut. Hut, 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 hut. Da. Nein, nein, nein! Nein! Wie kommt denn hier ein Boss hin? Wo seid ihr denn? Scheiße. Hier irgendwie drinnen muss irgendwie sowas wie ein Slime-Boss sein. Hier. Ich bin auch in der Lava-Gegend. Oh. Oh. Welche Richtung? Oh. Oh, kommen wir hier wieder raus? Ich habe einen Hut. Ich habe einen Hut unlocked. Wie auch immer. Achievement. Achievement. Hä? Verstehe ich nicht. Was hast du gemacht? Ich habe Achievement freigespielt. Ich habe Hut freigespielt. Hä? Also eigentlich hat man hier auch immer so eine Art Schleim-Boss drin gehabt. Oder kann man es? Ich habe einfach gerade was unlocked irgendwie in Minecraft als Achievement. Ja, dann hast du einfach eine Entdeckung gemacht. Mein Gott. Ein Hut? Kauft dir ein Color-Kit. Guck mal hier. Einen blauen Schleim. Können wir auf jeden Fall gebrauchen, Schleimis. Wenn es denn mal klappt mit diesem hässlichen, äh, Constructions. Ja, genau. Dann haben wir ja leider ein Problem noch. Okay. Ach, scheiße. Ich haue hier die ganze Zeit drauf. Aber dabei kann ich hier wieder nichts aufnehmen, oder? Ist doch alles ätzend. Ja, hier spawnen auf jeden Fall die ganze Zeit immer Slimes drin und sowas. Oh, okay. Wo seid ihr, Schnuckel? Oh, 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 ich muss hier ganz schnell raus. Hier geht es irgendwie ganz tief runter oder so, ich weiß nicht. Wir sind hier oben auf einer Skyland. Wo bist du denn jetzt gerade? Mit einer Lavagegend. Oh, du solltest unbedingt hier mal eine Fledermost. Im Nordost einer Lavagegend bin ich. Ah, ich cheate jetzt mal. Nein. Ja, es geht gar nicht. Wir können ja nicht so weitermachen. Weil ich haue hier gleich runter. Ey. Hi. Hi. Wo sind wir hier? Ach, da unten. Oh, ein bisschen geportet, naja. Hi. Kommst du hier runter? Ja, Pirat, lass ihn hier oben. Ernst, dein Weg alleine. Ach du Scheiße. Eine Spinne. Eine süße Spinne. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sehr gut, oder? Ich würde sagen, ich habe das hervorragend hingekriegt. Ja. Hast du auch. Schön getrollt, ja. Ich will es auch mal versuchen. Ach guck mal, hier hinten ist jetzt, es ist jetzt nur ein bunter Wald oder es ist ja wirklich ein Pilzbiombereich schon. Das sind Pilze in einem bunten Waldbiom. Na, schade. Okay. Block.Leaves. Ist ja geil. Wald unten glaube ich. Block.Leaves. Punkt.Name. Gut, dass hier schon mal die Bezeichnung noch gar nicht stimmt. Also ich bin schon unten. Ja super, kannst du fliegen. Wahnsinn. Also auf jeden Fall finde ich den Wald richtig cool auch so von der Ansicht her jetzt so. Ich mache es gerade safe, hoffe ich doch. Ja und dann hat man hier noch so eine kleine Oase vielleicht so an diesem grünen See. Ja ne, sieht cool aus. So die Sonne so aufgeht. Oh ja, ich habe jetzt ein Problem. Nice one. Ah, du schaffst das schon. Total, irgendwie so eine Aromatherapie habe ich das Gefühl. Oha Pirat, komm mal hier hin. Ich bin auch so eine ganze kleine Insel. Wo? Wo bist du? Wo bist du gerade? Pirat, bleib dir stehen wo du bist. Am grünen See. Komm mal hier, siehst du mich? Ja. Guck mal her. Ich muss schon wieder kämpfen hier. Ich bin schon auf der Weg. Okay. Hier, diese kleine Insel hier. Die ist nur an einer Seite so ein kleines bisschen mit dem Westland verbunden. Das könnte man ja entweder trennen oder eine Brücke draus bauen. Nein! Und hier drauf so eine, keine Ahnung, so eine Behausung bauen. Wäre doch eigentlich richtig geil. So von allen Seiten mit Wasser umgeben. Nochmal, warte. Ich war gerade mit einer Spille beschäftigt. Also aus dem Ding hier? Ja, dass man die Bäume so ein bisschen dazwischen lässt, sich dazwischen ein Haus baut irgendwie. Ja. So ein bisschen getarnt halt. Und dann halt nur auf dieser Insel, die halt hier nur hier vorne so ein bisschen in den Festland verbunden ist. Wo man dann halt irgendwie eine Brücke draus machen könnte oder so. Ja, wäre interessant. Die Frage ist, ob es vielleicht zu tief ist oder ob wir was Höheres brauchen. Ja. Zum Beispiel diese Insel ist hier ein bisschen höher. Oder da drüben halt dieser eine Berg, den es da gibt. Ja, wollte ich gerade sagen. Oder der. Ja. Hier ist ein Dschungeltempel. Wo? Nicht reingehen. Wo? Hier. Wo ist denn hier? Hier unten, Mann. Junge, du bist gerade vorbeigeflogen. Ja, ist das Spiel. Du guck doch einfach mal auf die Minimap. Du musst mal unbedingt jetzt... Lässt mal zurück und fliegt mal vor. Da kann ich nichts gegen machen. Ich kann nicht fliegen. Pirat, guck auf die Minimap. Du siehst da irgendwo Steine. Wo denn? Unter dir, Mann. Wir sind auf dem Dschungel, Dingsbums hier. Wir müssen echt... Wir müssen mal eine Federmaus finden. Wenn ich ein Bett hätte, würde ich mich von dir töten lassen. Dann wäre das wahrscheinlich auch kein Problem, oder? Meine Zuschauer bitte. Wir sind im Dschungel hier, Dingsbums. Der ganze Web ist gerade im Dschungel. Ist okay. Scheiße, Mann. Also ich weiß, wie viel in die Insel ist. Mehr weiß ich auch nicht. Ein Drachenei ist da drin, Junge. Echt? Aber hallo. Ist ja richtig krass. Das Drachenei ist ja mal nicht gerade sehr häufig. Definitiv nicht. Kannst du mal die Koordinaten eventuell nennen? Was ist denn hier noch drin? Port mich einfach. Ist mir jetzt egal. Noch ein Drachenei. Aber auf keinen Baum bitte. Safari nicht. Was ist denn das für eine Scheiße? Du willst hier her? Komm her. Ei. Hi. Oh. Holz ist drinne. Ähm. Was waren hier drinne gewesen sonst noch? Nichts weiter war. Hier sind Pfeile drinne. Okay. Was ist hier in der Kiste drinne? Sattel. Ne, wir haben schon ein Drachenei und sowas gefunden. Wo bist denn du jetzt hin? Ich. Ich. Hat jemand von euch drei Wolle? Raus gegangen kurz. Wir sind jetzt auf dem Tempel. Äh. Hier vor dem Haus. Vor dem Tempel. 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 Gucken wir mal das wir hier irgendwie. Ich hab auch mal das in den Tempel. Hat jemand eine Kiste? Wir brauchen eine Kiste. Kann man jemand eine Kiste von unten holen? Die zwei Stück oder so? Ich hab Kisten. Ich hab Kisten. Jetzt stell mal welche hin. Ich bin Ocelot. Ich bin Ocelot. Fass mich in Ruhe. Stell mal Kisten. Stell mal Kisten. Äh. Hallo. Hallo. Au. Ja. Ich hab kaum Leben. Stell mal Kisten hin. So jetzt pack. Niko pack mal deine Sachen rein. Niklas. Wieso? Wenn ich sterbe. Wird sowieso gespeichert. Ja. Nee. Nicht alles. Ich hab gehört. Dass nicht alles gespeichert wird. Ist alles drin. Ist alles drinne? Ja. Horch. Dann töte ihn mal. Warum? Joke warte. Ich muss mir ein Bett holen. Nein. Ich hol dich her hier gleich. Deswegen. Töte ihn. Wo ist er denn? Töte mich. Ja. Ja. Jo. Du stehst du wie ne Mädchen. Warte. 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 Ich kann mal unsere Wänden mitnehmen. wieder planen eigentlich. So. Jetzt kannst du mich porten. Wie heißt es nur nochmal? Nico? Ja. Okay. Ey. Ich bin Nico. Hast du ne Fehlermaus? Ja. Ich nicht. Ne. Das hat keine Fehlermaus. Ne. Hat nicht geklappt? Weil der Ursprung muss einfach nur ausgehen. Scheiße. Ne. Echt. Kacke. Warte. Ja. Oh. Du brauchst erstmal nen Lager irgendwann irgendwie. Hast du aufgesammelt? Wäre schon nicht schlecht. Niklas. Sammels du die Ausrüstung ein? Ja. Mach ich schon. Ja, weil es da liegt, deswegen. Okay, ich brauche was zu fressen. Man, eine Federmose, finden wir noch eine. Wir brauchen irgendeine Höhle für dich, oder? Ja, wäre nicht schlecht. Aber wo ist die Frage? Das kann ich dir auch noch nicht so ganz genau beantworten. Man, 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 ey, das geht gar nicht. Ich gucke mal, ich fließe mir hier gerade lang. Hast du eine gefunden? Ja, zwei Meter von uns entfernt. Ach, scheiße, ich fliege weg. Oh, ein paar Diamanten sind auch noch drin. Ja, ein paar viele Diamanten. Ich habe gehört, ich soll auch Alu einsammeln und sowas in der Richtung. Problem ist echt, dass wir mit den Sachen noch gar nichts anfangen können. Nee, wir können aber gar nichts mit anfangen. Ja, das ist eine geile Spalte. Spalten gibt es nicht genug für mich. Das war eine richtig tiefe Höhle übrigens. Voll gelohnt. Ja, auf der anderen Seite geht es hier noch weiter. Jetzt sehe ich hier leider gar nichts mehr. Scheiße, Mann. Ja, oh, die war noch größer. Ich habe auch keine Stöcker dabei, gar nichts. Fuck. Ja, gut, kann man nicht ändern, würde ich sagen. Jetzt sollen wir klarkommen. Aber irgendeine Federmaus müssen wir doch für dich finden können. Ist ja ärgerlich. Ich hätte mir auch einen Wegpunkt machen sollen hier. Oh, dann bauen wir da oben also drauf, ja? Oder wo waren wir jetzt gerade gewesen? Guck mal. Guck mal hier. Es ist mir unter dir. Wo denn? Guck mal hier. Wenn wir uns hier dran... Oben auf diesem großen Berg. Ja, hier, wo unten drunter nichts ist. Wenn wir uns vielleicht sogar hier unten, wo eine kleine Kuhle ist, ein kleines Hängehaus dran bauen. Ach, scheiße, Alter. Hast du noch was zu fressen? Ja, ja, nein. Ja, aber nicht. Aber hinter geschlachtet einfach, um... Kürt hier ein Schaf oder so. Ah, ein Schaf. Ja, die geben ich mir essen. Stimmt. Ja, echt? Stimmt. Ein Hängehaus meinst du, ja? Ja, hier so unten drunter. Guck mal hier, wo die Kuhle ist. Wenn man die drei Dörtchen aufregnen hat. Und dann machen wir so ein paar Aufhängedinger oder auf einen oder so was in Richtung. Dann bauen wir so ein ewiges Kokon-Nest hier. So ein Bienenschubennest. Ich brauche erst mal Bienensch, ich mache das schon. Es wäre cool, ich sehe da gerade eine Hexe. Lol. Ich habe dich gerade getötet und habe Hühnchen bekommen. Nein! Kann man das essen hier? Raw Meat. Ich kann jetzt ja kochen. Lol, das bist du gar nicht. Ah, ich kann es kochen. Mal gucken. Fuck. Der Fugter ist eine Hexe. Ja, ich bin sie. Oh. Wir wissen, ob ich was machen kann. Kann ich was machen? Irgendwie sowas? Ja, das glaube ich auch. Wie sehe ich denn aus? Ach, du Scheiße. Alter Scheiße. Ja gut, habe meine Hexe getötet. Ich gehe mal hier gucken, ob ich noch was gefallen lassen habe. Hast du noch essen? Ich habe auch hier zwei Fleisch. Ja, essen wäre cool, aber wir müssen mal gucken. Also ich würde vorschlagen, Niklas Idee ist cool, oder? Die können wir annehmen. Ich glaube, passt schon. Ja. Dann würde ich sagen, sehen wir uns dann nach den zwei Aufnahmenrunden, die wir jetzt gerade gemacht haben in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.